Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu dieser Aniflash Light Ausgabe, heute am Donnerstag, dem 17. März 2022. Heute haben wir wieder interessante Themen für euch, unter anderem rund um den Anime, by the Grace of Gods, dem Akiba Path Festival und vielen weiteren interessanten Themen. Also, lasst uns loslegen! Beidegraf mit dem Video Bereits im April diesen Jahres startet Peppermint Anime mit der Disc-Veröffentlichung von By the Grace of Gods. Passend dazu wurde nun ein deutscher Trailer auf dem Kanal des Publishers veröffentlicht. Das erste Volume erscheint nach aktueller Planung am 21. April als Blu-ray im deutschen Handel. Dieses beinhaltet die ersten sechs Episoden mit deutscher und japanischer Synchronisation. Das zweite Volume, das die erste Staffel dann abschließt, erfolgt am 16. Juni mit den Episoden 7 bis 12. Die zwölfteilige Serie wurde unter der Regie von Takeyuki Yanase im Studio Maho Films produziert. Die beiden Streaming-Dienste Garanchol und Wakanim bieten alle Episoden in der japanischen Originalfassung mit deutschem Untertitel an. Die offizielle Webseite für den TV-Anime von Miki Yoshikawa's A Couple of Cocos Manga veröffentlicht ein zweites Hauptwerbevideo für den Anime. Das Video enthüllt den abschließenden Titelsong des Anime Shikaku Unmei von Sangatsu no Fantasia und gibt eine Vorschau darauf. Außerdem wurde bekannt, dass der Anime am 23. April starten wird. Garanchol sicherte sich bereits die Lizenz an dem Anime und wird ihn mit deutschem Untertitel zeigen. In dem Anime sind Kaito Ishikawa als Nagi Umino, Akira Kito als Erika Amano und Naoto Yama als Hiro Segewa zu hören. Wie der Schriftsteller und Journalist Yoshiaki Sai berichtete, verstarb der Manga-Schöpfer Johanne Yamamoto am 14. März im Alter von 55 Jahren. Yamamoto berichtete am 12. März von 39 Grad Fieber und einer Sauerstoffsättigung von 90 Prozent. Außerdem litt er unter Schüttelfrost und Rückenschmerzen. Im Januar stellten Ärzte bereits eine Covid-19-Infektion fest, wo auf ihn er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Yamamoto litt schon seit längerem an Diabetes Typ 2. Yamamoto war Schöpfer von erwachsenen Mangas wie Marks Girl, Marks Girl Alternative und Sai Ray. Er zeichnete aber auch Manga wie Bajikabu Rei, Hime, Love Spectacle und Seven Days, 30 Hours. Der deutsche Publisher KSM Anime gab gestern bekannt, dass der Anime-Film Bälle ab dem 9. Juni mit deutscher Synchronisation in Deutschland und Österreich im Kino zusehen sein wird. Weitere Details stehen bislang allerdings noch aus. Bälle entstand unter der Leitung von Regisseur Mamoru Hosoda im Studio Shisu. Wird beachtet, dass bei einer eventuellen Erhöhung der Covid-19-Fälle Vorstellungen wieder gestrichen werden müssen. Dieser Termin ist also vorerst mit Vorsicht zu genießen. Der zweistündige Film feierte seine Webpremiere am 15. Juli letzten Jahres im Rahmen der 74. Filmfestspiele in Cannes und erhielt dort 14-minütige Standing Ovations. Hierzulande wurde der Streifen bereits am 7. Dezember letzten Jahres im Zuge einer Vorabpremiere im Originaltum mit Untertitel im Kino gezeigt. Bälle stellt Mamoru Hosodas neustes Werk dar und erzählt eine Geschichte in einer sich ständig weiterentwickelnden Online-Welt. Der US-amerikanische Publisher Sentai Filmworks gab vor kurzem bekannt, dass man sich die Rechte an der zweiten Staffel von The Demon Girl Next Door gesichert hat und diese bei High Dive im Originaltum mit englischem Untertitel im SimoCast zeigen wird. Die zweite Staffel, welche am 8. April in Japan startet, entsteht erneut unter der Regie von Hiyoraki Sakurai im Studio G.C. Steph. High Dive bietet bereits die erste Staffel vollständig mit englischen Untertiteln an. Einen Release mit deutschen Untertiteln gibt es derzeit noch nicht und ist auch nicht in Planung. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Adoption von Welcome to Demon's School Iruma-Kun wurde veröffentlicht, dass die dritte Staffel ab Oktober diesen Jahres im japanischen Fernsehen zu sehen sein wird. Ein neues Visual wurde bereits veröffentlicht, seht ihr auch neben mir? Ganz cool. Die dritte Staffel entsteht wie die beiden Vorgänger unter der Regie von Makoto Moriwaki im Studio Bandai Namco Pictures. Weitere Mitwirkungen an der Produktion sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald wir mehr dazu wissen. Bereits vor einiger Zeit konnten wir euch darüber berichten, dass der Publisher Peppermint Anime die Serie Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babylonia auf DVD und Blu-ray veröffentlichen wird. Mittlerweile stehen nun der Termin der Disc-Veröffentlichung und weitere Details fest. Das erste Volume, welches die Episoden 0 bis 5 auf Deutsch und Japanisch umfasst, soll voraussichtlich am 16. Juli als Dickepäck im Schuber in den deutschen Handel kommen. Die weiteren Volumes folgen im Abstand von jeweils zwei Monaten, sodass die deutsche Disc-Release-Verfassung nach aktueller Planung am 1. Dezember diesen Jahres mit dem vierten Volume abgeschlossen wird. Ein auf 500 Exemplare limitierter Sammelschuber kann zusammen mit einem Volume nach der Wahl exklusiv im Akiba-Pass-Shop vorbestellt werden. Dort erhalten jeweils die ersten 250 Vorbesteller außerdem exklusive Extras, zu denen ein Acryl-Schlüsselanhänger und ein Stickerbogen zählen. Darüber hinaus bestätigte Peppermint Anime in einem Livestream, dass der Charakter Mesh-Kaiolite in der deutschen Fassung umbesetzt werden musste, da Julia Stöppel, die deutsche Stimme von Mesh-Kaiolite, im Film Fate Grand Order First Order in die USA ausgewandert ist. Weitere Details folgen demnächst. Auf der offiziellen Webseite der Anime-Umsetzung von Komikant Communicate wurde ein Trailer zur zweiten Staffel, welche ab dem 6. April in Japan ausgeschaltet wird, veröffentlicht. Innerhalb dieses Trailer ist das Opening mit dem Titel Ayo 100 Ayo zu hören. Dieses wird von Miko Ito gesungen, welche unter anderem als Stimme von Miko Nakano aus der Quintoshinshu Quintu Pets bekannt ist. Das Ending-Stim Koshaberi Biorori stammt von der japanischen Band Fantastic Youth. Die zweite Staffel von Komikant Communicate entsteht erneut unter der Regie von Katsuki Kawagoe im Studio OLM. Peppermint Anime gab vor kurzem bekannt, dass das für April und Mai diesen Jahres geplante Anime-Festival Akiba Pass Festival 2022 nicht stattfinden wird. Gründe dafür sind die aktuell weiterhin unsichere Covid-19-Situation in Deutschland sowie Lieferkettenprobleme. Das Akiba Pass Festival sollte ursprünglich bereits im Februar diesen Jahres starten, wurde aber im Dezember letzten Jahres wegen anhaltender Restriktionen im Zusammenhang mit der Pandemie auf April und Mai verschoben. Nun entschied man sich aufgrund der derzeit wieder schwierig werdenden pandemischen Lage dazu, eben notgedrungen das Ganze abzusagen. Während des Events sollten Besucher in Hamburg, Köln, Berlin, Braunschweig, München und Frankfurt die Premiere von sechs Anime-Filmen mit deutschen Untertiteln erleben. Hierfür sicherte man sich die Lizenz an Blue Thermal, Lady Nikoko, Pumpo de Genesville sowie jeweils den ersten Teil von Free, The Final Stroke und Fate Grand Order Camelot. Alle Kunden, die Tickets für die Veranstaltung erworben haben, sollen innerhalb der nächsten Tage automatisch ihr Geld zurückerhalten. KSM Anime gab am Mittwoch bekannt, dass man sich die Rechte an dem Anime-Film der Journey gesichert hat und diesen auf DVD und Blu-ray veröffentlichen wird. Der Journey erscheint demzufolge voraussichtlich am 16. Juni mit deutscher Vertonung sowie im Originaltum mit Untertiteln auf DVD und Blu-ray. Details zur weiteren Ausstattung stehen bislang allerdings noch aus und werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Der Originalfilm entstand unter der Regie von Kobun Shizuno in den Studios Toei Animation und Yokohama Animation Lab. Der Anime stellt eine Kooperation zwischen Toei Animation und dem saudi-arabischen Unternehmen Manga Productions dar. Das war sie, die Aniflash-Light-Ausgabe für den heutigen Donnerstag, dem 17. März 2022. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar sowie ein Abo sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und stellt sie auf alle Benachrichtigungen ein, damit ihr auch wirklich jede Benachrichtigung bekommt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. Ciao.